Ha, es ist der dritte Advent. Noch zweimal schlafen, dann gibt's Geschenke. Zweimal schlafen? Ja, dann gibt's Geschenke. Äh, nee, ich glaub, du verwechselst ja was. Noch knapp zwei Wochen. Äh, ja, vor einer Woche war der zweite Advent. Und in einer Woche ist der vierte Advent und kurz danach ist Weihnachten. Oh, doch noch so lange? Mhm, doch noch so lange. Oh nein! Hm, so lange musst du warten. Oh, weißt du auch dennoch, auf wen wir warten? Nee, hab ich vergessen. Ach komm, beim letzten Mal hab ich's dir doch gesagt. Äh, Josef? Nein, doch nicht auf Josef. Äh, Maria? Nein. Aber wir warten auf die Geschenke. Nein, ja, auf die Geschenke warten wir auch. Aber die Adventszeit, die soll uns an jemand anderen erinnern. Äh, äh. Jesus. Genau. Und was hat er mit Advent zu tun? Na ja, vor 2000 Jahren, zu Weihnachten ungefähr, da ist Jesus auf die Erde gekommen. Da wurde er geboren. Und in der Zeit davor, da haben viele Leute auf ihn gewartet. Also war das die Adventszeit. Mhm. Und jetzt warten wir wieder auf Jesus? Ja. Dass er wieder geboren wird in einem kleinen Stall? Nein. Wie, 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 was denn dann? Ähm, dass Jesus wiederkommt. Darauf warten wir. Und darauf freuen wir uns. Wie wiederkommen wird. Und, ja, er ist damals zurück in den Himmel gegangen und hat gesagt, ich werde eines Tages wiederkommen. Ach so. Mhm. Und auf diesen Jesus warten wir. Auf diesen Jesus warten wir. Und dann gibt es ganz viele Geschenke. Mhm. Ja, aber nicht so, wie du es meinst. Wie, kein Wacker? Ja, es gibt eine andere Belohnung. Also wer an ihn geglaubt hat, der wird auf jeden Fall im Himmel belohnt. Oh. Und wer nicht dabei? Du glaubst auch an Jesus, oder? Ja, natürlich. Dann bist du dabei. Und ich bin auch dabei. Und noch eine Woche bis zum vierten Advent. Dann noch ein paar Tage bis Weihnachten. Und dann gibt es Geschenke. Bald ist es soweit. Und in der Zeit dürfen wir uns auch darauf freuen, dass Jesus eines Tages wiederkommt. Juhu, Geschenke. Nicht nur Geschenke. Geschenke.